Das ist natürlich nicht zu geil, ne? Flash! Alter, was ein Luck-Shot! Wo bin ich? Ich hab keine Ahnung, woher der kommt. Genau, von da. Wollen wir an der Box mit? Ich hab die Bombe, ja? Oh ho 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 ! Ohu, Scheiße, nein der kommt da. Hahaha Dreck, Alter. Nein. Nein, was ist da ... Haha. Ja komm. Hahaha. Hahaha Alter du Bastard, Wie hat mich halt ein ernstes Lach tötet vielleicht. Das sah so geil aus über das ... Oh Gott ich bin gleich gesehen. Nein. Ohhhh Und Antwort Oh, das sind noch 2, das sind noch 2 Oh, ne,ucher Sorry Schö eşzuk Schaful Ist der 1 zu sehen, dann kann die eigentlich I Ein DID Was war das denn? Du bist raus... Nein, du bist rausgeflogen, du bist ein Trottel. Nein, du bist doch ein Boss, weil er wieder angry wird, weil ich ihm den Kill wegnehme, dass er halt nicht stirbt, weil ich ihn gerettet habe und dann... Oh mein Gott. Ich hätte den doch gehabt, Alter. Er klaut mir einfach alles. Wurscht mich genervt. Hey, ich hatte den doch, Alter. Ich hatte den verschwiegen, war ja auch noch am Leben, als ich draufgehe. Du kirscht die ganze Zeit, meine Leute. Das ist gut, Alter. Und dann wird er einfach gnadenlos gehen. Gab's jetzt eigentlich auch eine Sprachzeit? Ja, dreist wie du. Oh mein Gott, ey, es ist so grauenvoll.